So, entledigt. Ey, hör mal her. Ja, ne? Level 3. Alter, nice. Ich bin Level 3, hab ne Aufwertung bekommen und zwei Freunde. Ich hab Freunde bekommen, Leute. Freunde. Yeah. So, hier. Verschwörungsartikel. Woher du weißt, dass du verfolgt wirst. Abhörgeräte. Wem kannst du trauen? Sind die Eltern eingeweiht? Ah, das wollte ich gar nicht posten. Wie lösche ich das? Auf delete, Junge. Auf delete? Folgendes, wir haben im Inventar jetzt die... Dartfeuille. Der Luschenbogen macht 9x3 und der macht 35x3. Fügt bei perfekten Angriffen 10% Schaden zu. Das Ziel beginnt bei einem perfekten Angriff zum Bluten. Trifft bis zu 30 vorige Ziele. Trifft, fühlt zusätzlichen Schaden statt gegen Rüstung. Ähm... Vorher 3 Schuss ab, die... Hallo, nämlich die Dartfeile. Aber hallo! Was bin ich mit Feilen und Bogen? Bin ich etwa Robin Hood oder was? So, Freunde haben wir genug, würde ich sagen. Aber eine Aufwertung wollte ich noch gucken. Wo waren die bei Fähigkeiten, genau? War hier die Aufwertung, ja. Vorteil auch? Ah, ich habe einen Vorteil für Füge. Geil! So, ich habe bei Abziehen. Pass mal auf. Äh... Und zwar... Erhöht den Schaden in deiner Angriffe mit Abziehen. Erfolgreiche Stehversuche nehmen dein Ziel jetzt einen zufälligen positiven... Erfolgreiche Stehversuche nehmen dein Ziel jetzt einen zufälligen positiven Status. Wieso sollte ich den Status nehmen? Ich würde ihn dann zufügen. Was macht Meucheln? Meucheln bewirkt einen zusätzlichen Schaden für jede Blutung in meinem Ziel. Bewegt zusätzlichen Schaden für jede Blutung in meinem Ziel. Okay. Das ist nice. Aber ich will das hier haben. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen, ne? Ich glaube, hiermit warte ich noch ein bisschen. Aber hier kann ich schon machen. Und zwar... Ich habe verfügbare Vorteile, die... Ein... Habe ich wohl gerade drei sagen. Hat keiner mitgerichtet. Dein erster Angriff in jedem Kampf für die zusätzlichen Schaden brauche ich nicht. Du hättest immer zwei MP für eine Heiligen Genstern benutzt. Brauche ich auch nicht. Wiederbelebnis Tränke, die auf dich oder deine Blutung. Ja. Irgendwas wollte ich machen. Ähm... Und zwar... Die HP auf jeden Fall. Genau. Was habe ich jetzt eigentlich schon gemacht? Den Angriff und die MP. Irgendwas gab es noch, was ich haben wollte. Unbedingt. Dein Angriff mit Distanzwaffen für die zusätzlichen Schaden. Das gefällt mir nicht ganz gut. Bei brennenden Feinden? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ach komm, ich mach hier. HP, ne? Gesundheit. Äh, erhöht. Zeig, Zielkürzüben. Perfekt. Ich finde es immer noch genial, wie sehr wir eigentlich bei der Hauptstory beibleiben. Das finde ich sehr gut. Aber hallo? Muss... Wie, ich komm doch nicht durch. Wie, ich komm doch nicht durch. Hä, ich muss doch... Hallo? Ach hier. Hi. Who? Oh, hey. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen hart auf die Bar-Supportie. Danke für mich aufwachen, Kind. Du hast Facebook? Äh, bin Facebook, ja. Ich muss so... Nein, ne Vogel! Ich monstere ich. Aber hallo... Hä? Ach hier ist schon, Bo. Ach, ich bin zu weit gelaufen. Da ist ein Schwert, das gefällt mir jetzt schon. Da will ich gleich bleiben. Ich freue mich schon, wenn wir mit einem Schwert anfangen können. Kann ich denn immer... Ja, ich müsste ja dann immer noch abziehen und so können. Well, hello there, Jimbo and Ned. Well, what brings you here today? Business or pleasure? Or vengeance? Vengeance! You've come to the right place. Unvergnügen. Alter, was das denn? Alter, Finnel, was hat... Das ist doch kein Bär, oder was? Äh, was... Äh, ich... Ja, ne Besucher, aber... Ey, warte, das Loch. Ich find's geil, wenn ich über den Dart fallen werfe. Äh, ne, komm! Diese Emotion. Autsch. Ja, ist auch nicht ganz viel besser. So, Jimbo, alter Freund. Pass mal auf. Ich schätze, du musst dir ne lustige Geschichte erzählen. Aus da, ich habe dich nicht gesehen, bevor. Du musst bist der neue Kind, der in die Stadt移st. Und du bist in den hunting, oder? Well, aber, Mann, du bist in den richtigen Platz. South Park ist voll von Dingen, die du schütteln würdest, die würde auf jeden Taxidermist, Survivalist oder Weekend-Animal-Death-Enthusiast sein. Es ist nicht viel, was ich einem Miner verkaufen kann, dank der dummen Demokratie. Aber, wenn du dir einen realen Hunter prüfen kannst, dann könnte ich dir ein bisschen besseres Stuhl. Du solltest eine Kopie des Hunteres Guide nach South Park Wild Life. Das Buch-Thinge hier. Danke, du hast mein Satz mit alter Freund voll zu Nächste gemacht. Ich bin dich neu. Wir kennen uns schon seit dem Kindergarten. Kaufen. Ja. Wir haben. Danke. Sobekatana, ja. Boah, alter, der ist Schaden, Junge. Der macht 100 irgendwas. Weißt du, das hier macht schon 1300. Ambrus der Waldelfen? 80 bis 100. Tja. Ich darf bitten. Fehl in der Armbrust. Ja, 1000 bis 21. Das ist wohl eher meine Preisrichtung. Ähm, aber ja, das brauchen wir gar nicht, weil... Geh mal kurz zurück. Wir brauchen eine Ausrüstung, eine Gasmaske. Die holen wir mal fix. Ausrüstung, Klosterbruder-Ruber, haben wir schon. Steht aber nirgendwo, dass wir die haben. Okay. Trainingshandschuhe. Drehend. Stapel Käsebällchen. Halt jede Runde 5 Gesundheit. Oh, cool. Eine Gasmaske? Fügt eine Rüstung hinzu. Schlechtfeindliche Angriffe. Komm, sammeln. Sammeln wir. Ich bin nicht so ein kleiner... So ein kleiner Gnome, sage ich jetzt mal. Der möchte gerne alles haben. Hab ich's verkauft? Ich, Idiot. Ich hab's verkauft. Das heißt, wir sind wieder zurückgekauft. Na, super. Das läuft ja voll bei mir. Eiserne Barrierstange? Wer hat 15% mehr Schaden ab, wenn du blockst. Okay. Nice. Na, das will ich gar nicht. Wachaufsätze, Kostümflicken, Waffen, Verschiedenes. Ist interessant. Das wird nehmen ins Hausberg. Da gibt's auch kein Text so. Schwert und Schild. Duell 2 MP, wenn du Schaden blockst. Danke. Obwohl, das wird für später noch ganz gut sein. Aber wir sparen erstmal ein bisschen Geld. Wir sind ja arm dran. So, äh... Kennt ihr irgendeinen berühmten Jude, der irgendwie... wenn der Gasmaske rumläuft? Yeah, Mann. Wurde sagen, dass ein Oge ist nicht mehr zu sehen. Warte. Aber wir müssen uns dafür... perfekt kleiden mit der Gasmaske. Ja, Mann, wir freuen uns. Pass mal auf. Und zwar... So. Das war nämlich einfach nur... Das mit dem hier. Das mit dem... Ähm, so schnell. Mit der Kapuze. Und den Haaren war nämlich nur ein Bluff. Die Haare hängen nämlich an der Kapuze dran. In Wirklichkeit sehen wir nämlich so aus. Mensch... Was steht da? Mönchstonsur. Oder Tonsur. Okay. Ist interessant. Aber ich möchte gerne diese kurze Früge haben. Yep. Das gefällt mir. Eigentlich nicht. Komm. Du musst auch mal andersrum laufen. So. Ach, war nicht schon dabei. Nachquatsch. Das reicht es mal. Jetzt müsste ich irgendwie... Hallo Feinde. Hast du mich Bitch genannt? Komm mal her. Ich hab mich Bitch genannt. Tut mir leid. Da musste ich einfach eingreifen. Ich werde mal gucken, wie viel die Datfeiler abziehen. Einmal... Geil, ne? Geil, ne? Ach, geil. Das gefällt mir. Hab ich beide erwischt. Und das kann ich noch einmal so machen. Ich hab' die richtige Fury. Ich hab' die richtige Fury. Da haben wir eine Stürme. Souverän. Ich hab' vergessen, dass das sehr zufällige Ziele trifft. Einmal hier. Einmal hier. Jetzt wird noch Geld eingesammelt. Entschuldigung, Sie haben nichts gesehen. Gehen Sie bitte weg. Genau. Einmal ist eingesammelt. Spielzeugauto geklaut. Das mache ich auch immer beruflich. Gesundheitstrank ist voll. Okay. Aber folgendes mal. Folge in der Maßen. Jetzt pass auf. Wir sind da. Jetzt haben wir diese Sache schon erledigt. Können wir irgendwie hier zu Kenny runter? Da gehen wir gleich hin. Pass auf. Ach, perfekt. Ist genau in der Nähe. Ach, das ist der Schweinebeermann hier gewesen. Erzähl. Hier soll ich irgendwas anbringen. Hallo? Danger. Hier soll ich irgendwas anbringen? Äh, was ist das denn? Äh? Hallo? 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 Das ist... Hallo? Was ist denn das? Hallo? Hier soll ich irgendwas anbringen? Das... Kann ich das irgendwie... Oh, was hier? Hallo? Das ist doch eine Kiste. Ja, ja, ganz ruhig. Ach, da oben muss ich bestimmt hin. Zum Mast halt, ne? Einmal kurz im Mast. Die netten Bewohner haben wir hier ja schon erledigt. Das seien die halten uns hier für Polizisten. Die sind alle weg. Alle weg. Komm ich hier so rauf irgendwie? Ich muss da hoch. Ach, hier ist die Leute. Tö, ich hab hier letztens dich gesehen. Ach so, warte. Kein Wunder, dass ich die nicht gesehen hab. Zack. Jetzt geh ich darauf. Genau. Darum haben wir das hier auch noch nicht. Oh, Kenny's blutige Keule. Geil. Untersuchen. Füge bei perfekten Angriff. Ja, komm, hör auf. Nein. Das gibt's doch nicht. Tut mir leid. Ähm. Ich will den Krummsegel haben. Kann ich am Krummsegel nicht jetzt was anlegen? Ich geh auch zum Ende. Ah. Pass mal auf. Ich. Kann. Ich. Äh, hä? Hä? Habe ich am Freund. Da jetzt die Ratten wechseln, können sich die Kacke lagen ungehindert vermehren. Schätze, wir hätten uns nicht die Mutter Natur anlegen sollen. Mit Mutter. Okay. Hier, Schweinebeermann. Pumpe geschenkt. Okay, jetzt wird nur noch ein Ort, wo wir platzieren müssen, ne? Ganz langsam runter. Hallo? Pumpe sagen, läufst du mal immer? Genau. Und der dritte Ort war, glaube ich, oben. Mal gucken. Ach, ne. Die sind einfach überall. Helfen, helfen! So. Den geht immer direkt hoch. Spielplatz gefällt mir auch. Hey, ich. Ach, da war ja was. Ey, das... Eck, ne? Wie komme ich denn da hin jetzt? Bin ich hier richtig? Äh, ich bin hier. Ja, eigentlich schon. Wie ich einfach immer I drücke, weil ich mir die anderen Tasten durchmerke. Schlau. Ey, Post ist da! Ne, da wollte ich nicht lang. Ich will hier hoch. Hallo, Mister. Tschüss, Mister. So. Und hier hoch müssen wir. Hier ist ne... Glocken? Do it yourself will. Entschuldigung. Ähm. Warum kann ich die nicht drücken? Hallo? Gehe ich hier zurück. Ich muss hier irgendwo was anbringen. Hallo, Kuh. Hallo, Kuh. Nicht schubsen. Aber schlagen darf ich. Kann ich auch antfurzen? Ich glaube, es ist ja tausendmal lustiger gewesen, würde hier so ein Schild hängen mit so ganzem Motto. Nicht die Kühe antfurzen. Ich glaube, da hätte ich mich echt nicht mehr eingekriegt. Nein, dein Ernst jetzt? Und jetzt? Ähm. Yolo, scheiß auf den Scheunschlüssel. Hallo? Ich... Ich... Ich glaube, ich brauche einen Scheunschlüssel. Oh, warte. Oh. Warte. Ich hab's... Hä? Sind wir verarscht? Nein, da hat nicht lang. Hallo? Ich... Hä? Hallo? Ich... Ich kann hier nichts machen? Ich bin echt verloren. Ich glaube, ich brauche echt einen Scheunschlüssel. Nein, ich will keinen Scheunschlüssel haben. So. Ach. Wurde das Symbol angezeigt? Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ja. Kehre zu Elgort zurück. Das ist ja praktisch auf dem Weg. So. Und jede blöde Kuh, die ich über den Weg laufe... kriegt ein Klapp auf den Arsch. So. Warte, beeil dich. Wir haben nicht viel Zeit. Ratte. Okay. Ich habe ihn gerettet. Ich habe ihn gerettet. Oh Gott. So. Elgort. Sie werden mich vielleicht wiedererkennt. Ich bin's. Ich bin nicht der Schweinebeermann. Hallo? Good job, Junior Algorian. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it. These are definitely hot man bear pig readings. Come with me. I must put this data in the data man bear pig bags. Hey, du hast Lagerschlüssel. Der ist doch ihm gerade hingerannt. Der kommt doch gerade von links. Woher weißt du das? Kannst du ja L. sehen. Komm, aber... Hat er verdient. Ich hoffe, er blutet. So, aber wir lassen Elgort erstmal Elgort sein. Der arme Mann kann ja auch nicht dafür. Und werden den Wachmann erstmal zeigen, was... Was die Macht einer Gasmaske so bewirken kann. This is a gated community, sir. We do not allow in the riffraff. Move along, sir. Na los, pfefferspray mich doch in die Vergangenheit. In die Steinzeit. What the fuck? Oh no! Ah, are you gonna rape us? Pass mal, we've the last again. Ah, das ist ja süß. This is private property, sir. Ich zieh dir erstmal den Pfefferspray ab. Zack. Beteut. Nachtrank, das gefällt mir. Jetzt kann Wadders einmal den Hammer schwingen, aber der Hammer der Gerechtigkeit. Und zwar mit Adi. Okay. Komm, 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 komm. Zack. Jetzt ist der Wachmann auch noch angepisst. Aber er triebt auch noch ein paar Dartpfeile am Kopf. Na, wie geht's dir so? Wachmann. Pfefferspray ist doch nicht mehr so cool, ne? Guck mal, ihr ersten Hammer. Spray ging Hammer. Hammer gewinnt. Sie haben nichts gesehen. Bitte verschütteln Sie. Ich hab Billis Knüppel erhalten. Woo! Rekrutiere Toe. Wird gemacht. Aber erst schau ich mir Billis Knüppel an. Der Krummsebel macht 15 bis 21 und Billis Säbel 18 bis 26. Vermindert die Abwehr des Ziels bei perfekten Angriff. Kenner mir nur zweimal und der dreimal. Also lassen wir es mal lieber. Obwohl ich das nie nutze. Hatte man gleich noch ansprechen? Ja, Mensch, geh doch. Hallo, geh doch. Ich glaube, ich setze die Maske wieder ab, weil die gefällt mir. Ich weiß nicht, die Maske ist irgendwie total dämlich. Da putze, ja. Und er muss auch irgendwie... Guck mal, das letzte Mal, wo ich hier war, hat so gedauert. Ich bin alt geworden. Token, du musst das verstehen. Es tut mir leid, wir haben uns so lange nicht gesehen. Und komme jetzt nicht mit der Ausrede, ich bin dann neu in der Stadt. Die Surferfrisur will ich nicht. Irgendwie gefällt mir diese Zersauce am besten. Oh ja, das sieht auch aus wie ein echter, ne? Haben. So, kann ich den Bart aufhören? Bart? Yeah. Das ist... Ja, das... Also, mit bunteren Menschen habe ich noch nie gesehen. So, rote Haare, braun... äh, grauer Bart? Oder Liderbart? Nee, komm. Orangen in der Bart. Eigentlich weiß ich, was scheiße aussieht. Ich weiß das einfach. Nimm wir so. Mit rot. Erstmal wird hier die Kiste genommen, würde ich sagen. Wiederbelebnis-Tank. Nice. Oh, war da noch was? Nee, leider nicht. Hallo, Token. Ist hier nicht was drin? Ja. Geil. Ich habe ein Vogel der Heimat beraubt, nur weil ich ein paar Haufen... ...ein Haufen Holzbitter haben wollte. Das habe ich noch einen Ball kaputt gemacht, weil ich... Das Spiel sorgt dafür, dass ich mich schlecht fühle. Äh, die Gitarre. Klosterbrudermütze. Was soll ich mit dem Klosterbruderscheiß, ganz ehrlich? Einmal Geld, ein Wasserballon, Token's Perücke, Barry, Bonds, Schneeger? Ist er nur zum Verkaufen? Ja, ist nur zum Verkaufen. Nokama Games hier. Eine Bassgitarre. DVD-König der Löwen. Ey, cool, die behalte ich. Den König der Löwen behalte ich. Das kannst du wissen. So, äh, einmal die Vasen kaputt gemacht. Einmal der Haufen kaputt gemacht. Und damit toge ich nicht auf die Idee, um das ich klaue, schieße ich das erstmal runter. Veluzirapstar. Also irgendwie gefallen mir die Schimpokémon.